Die Wohnung macht krank und ich zieh auf der Stelle aus und Sie hören noch von der Mieterschutzvereinigung. Ohne Nachmieter können wir uns nicht ausziehen. Und was genau fehlt Ihnen? Da, ich hab Falten, ich graue Haare und... Sehen Sie mich nicht böse, aber das ist in Ihrem Alter halt so. In meinem Alter. Naja. Ich bin 25. Je weiter Sie sich von der Wohnung entfernen, desto schneller geht's. Wie bitte? Ich hab Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht einfach so ausziehen können, ohne Nachmieter. Sie ist halt nicht gern allein. Wer? Die Wohnung. Die Wohnung ist nicht gern allein. Das ist nicht legal! Schau uns. Wir sind in Wien. Hm? Hm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017